Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oomons. Leute, ich bin so am frieren und mir fehlt auch ein Ohrring. Also seitdem ich Mama bin, komme ich nicht mal mit zwei Ohrringen an meinen Ohren klar. Aber ist egal, wir wollen uns ja so zeigen, wie es gerade ist, weil ich habe jetzt gerade schlafen gelegt und ich habe jetzt gerade Zeit, das Video zu starten überhaupt. Es ist langsam dunkel, ich hoffe, ich bekomme das noch gut hin, weil ich möchte euch heute unbedingt unsere neue Mühle zeigen, weil die einfach richtig, richtig schön sind. Ich habe so oft danach gefragt, wo ich die habe. Hinten sind noch seine Wäsche, die muss ich noch zusammenfalten und in die Kommode reinpacken. Ich bin gerade in seinem Zimmer, damit ich ihn nicht störe beim Schlafen, weil er ist wirklich gerade eben eingeschlafen. Und ich möchte ihn gerade echt nicht aufwecken. Ja, warum friere ich? Das muss ich euch auf jeden Fall auch mal sagen. Wir haben Glück. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Wir haben Glück, dass wir noch das Haus hier noch haben. Eigentlich müsste ich schreiben, unser Haus war kurz davor zu explodieren. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich glaube wirklich ein Auge. Aber dass es uns so heftig trifft, hätte ich niemals gedacht, weil ich sagte uns ja die ganze Zeit, es fehlt nur noch, dass die Decke auf unseren Kopf fällt. Ich weiß, weil viele sagen so, ja, es kommt halt davon, weil wir alles zeigen von unserem Leben, alles preisgeben und so weiter und so fort. Leute, wir sind nicht die einzigen Influencer, also wir sind auch nicht die einzigen Leute, die alles halt preisgeben, aber bei uns gibt es, glaube ich, einfach Leute, die stark Auge machen. Ich glaube, weil bei uns jetzt auch alles so hintereinander kam. Ihr müsst euch vorstellen, ich war halt schwanger. Meine Schwangerschaft verlief super. Dann haben wir ein Haus gekauft, dann kam das mit Eiers. Sie machen ein Krankenhaus. Seine Situation halt, wie es gerade ist. Wir leiden eigentlich immer noch darunter, obwohl es ihm eigentlich richtig gut geht, aber Krankenhausbesuche enden einfach nicht. Warum haben wir Glück, dass wir das Haus noch haben? Seit Monaten, zeige ich euch mal, da ist so ein Gastank. Seht ihr das? Und da ist auch so ein Holzstück dran, damit Gas raus kann. Da ist einfach ein Rohr undicht. Da ist ein Rohr undicht, sodass die ganze Zeit Gas rausläuft. Sobald wir so ein bisschen, mit ein bisschen Feuze drankommen, hätten wir irgendwelche Raucher hier zu Hause oder keine Ahnung was. Wäre uns die Hälfte hier weggeflogen, weil, wie gesagt, da ist ein Rohr undicht. Deswegen mussten wir das Ganze stoppen und deswegen haben wir überhaupt keine Heizung hier. Wir haben ja Bodenheizung im ganzen Haus und wir können hier nichts anmachen. Gar nichts. Und wir haben auch kein warmes Wasser, sodass ich meine Haare später irgendwie einfach im Waschbecken waschen muss, weil ich werde dann einfach kochen, das Wasser mit ganz normalem Wasser mischen, sodass ich eine angenehme Temperatur habe für meine Haare. Wisst ihr, was meine? Als hätten wir nicht so viel Stress. Kommt immer wieder was Neues. Wirklich immer wieder was Neues. Unser Tor hier, der Außenbereich, das zeige ich euch auch mal. Da oben, wo das Tor ist. Dafür mussten drei verschiedene Elektriker hierher kommen und wir haben auch eine schöne Rechnung bekommen. Und da war irgendeine Verbindung. Keiner hat es gecheckt, warum dieses Tor mal kaputt geht. Warum das mal nicht funktioniert. Warum das mal funktioniert. Weil unsere Außenbeleuchtung war dann mal komplett weg. Diese ganzen Lichter, die draußen sind. Das sind Probleme. Und das größte Problem ist gerade wirklich, dass es hier richtig, richtig kalt ist zu Hause. Wir haben auf jeden Fall halt diese Klimaanlage im Essbereich. Diese Klimaanlage kann auch kühlen und aber auch das Zimmer erwerben. Weil das ist ja in diesem Wintergarten und das ist ja schlau im Winter, damit man halt da sitzen kann. Wir machen das zwar an, aber wir haben halt nun mal ein großes Haus, beziehungsweise auch eine große Fläche hier. Sodass es nicht warm genug ist. Deswegen habe ich Angst wegen Eiers. Ich habe Angst, dass er krank wird. Ich ziehe ihn wirklich mehrlagig an. Er ist die ganze Zeit mit Decke unterwegs. Aber wir müssen noch eine Woche warten, bis das hier geregelt wird. Also noch eine ganze Woche. So viel zum Thema. Wir sind wieder zurück zu Hause. Ah, jetzt kommt Tunjai. Zudem ist auch unsere Kamera kaputt gegangen. Und wir finden irgendwie keine Schrauben dafür. Zeige ich euch gleich. Wir haben deswegen heute noch eine neue Kamera geholt. Weil so filmen kann man auf jeden Fall nicht. Hast du Angst bekommen? Hast du einen Prank? Ich mache einen Prank. Genau vor dir mit einer Kamera. Ich habe gerade unsere ganzen Troubles hier zu Hause erzählt. Dass wir Glück haben, dass das Haus noch da ist. Hast du die schon explodiert? Tunjai musste ins Lager. Ist das die neue Kamera? Nein, das ist nicht die neue Kamera. Ich wollte das gerade zeigen. So. Aber wie soll ich das zeigen? Ich kann das ja gar nicht aufnehmen, weil das ja hinten ist. Auf jeden Fall geht das hier. Das ist so. Seht ihr das? Das ist sehr nervig. Wir haben drei neue Mitarbeiter. Du riechst voll nach unserer Seife. Immer wenn ihr aus dem Lager kommt. Ja, 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 ja. Genau, ich würde sagen, wir zeigen euch unsere Möbel, bevor es richtig spät wird. So, der Teppich hat hier noch im Wohnzimmer gefehlt, beziehungsweise es fehlen auch sehr, sehr viele Sachen. Das tun wir jetzt mal schnell hier drunter. Das ist so ein schwerer Tisch, aber ich liebe ihn über alles. Ich zeige ihn euch gleich genauer. Okay. Boah. Oh mein Gott. Wow. Boah, das sieht jetzt richtig anders aus hier. Was ein Teppich ausmacht. Also der Teppich ist von Benuta, aber folgt mir auf Instagram, weil ich habe beiden Code, also falls ihr Teppiche bestellen wollt, weil es sind sehr hochwertige Teppiche und ich würde für Teppiche wirklich etwas mehr Geld ausgeben. Der fühlt sich echt geil an. Der fühlt sich richtig qualitativ an. Ist zwar weiß, ich weiß, ich weiß. Tunja wollte mich schon überreden, dass wir das wieder zurückschicken, weil es weiß ist. Wir haben jetzt ein Kind und... Aber trotzdem. Boah macht Eier also nichts, aber wenn er ein bisschen älter wird, dann ist da Schokolade, da ist irgendwas anderes, da ist eine Erdbeere. Aber man kann mich auch leicht reinigen, also alles gut. Mein Gott, lass mir meine Freude. Leute, manchmal bekommen wir echt so viel Besuch, sodass wir überhaupt keinen Platz mehr haben auf dem Tisch. Und als ich diesen Tisch gesehen habe, habe ich mich verliebt. Das ist von Pure Velvet, die meisten Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde, sind von Pure Velvet. Das sind so schöne qualitative Sachen, ich kann euch echt nicht genug sagen, wie sehr ich mich freue, dass ich diese Sachen bekommen habe. Das Geile ist, dass es nicht nur einen Couch ist, sondern eigentlich fünf. Ja genau, also... Also kannst du die vier hier, kannst du einfach rausziehen. Weil und Tunja benutzt das einfach so oft, wenn wir mal hier irgendwas essen, zieht er einfach den kleinen Tisch so raus. Und dann ist er einfach weiter bequem auf der Couch. Wenn da jetzt jemand sitzen sollte, hat er auch einen Tisch vor sich. Genau. So viel zum Thema Couchtisch, da werde ich noch auf jeden Fall eine schöne Vase hinstellen mit schönen Blumen. Das fehlt mir alles noch. Ich habe zwar was bestellt, aber bin mir da noch nicht so sicher. Das ist schon geil aus. Nur die Vorhänge passen jetzt. Nur die Vorhänge werden auch noch geändert. Die Couchtisch, dieses Set, da fehlt noch ein Einer, also ein Sessel. Das ist hier. Da ich noch nicht wusste, wohin damit, haben wir das noch nicht zusammengestellt. Das tun wir dahin, wenn diese Wippe wegkommt, das ist ja nur gemietet. Also wir schauen dann einfach mal. Auf jeden Fall, das ist von Home24. Und dann kommen wir auch zum Highlight. Zum Highlight, wonach ihr so oft gefragt habt. In meiner Story habe ich euch das mal gezeigt. Und ja, das ist auch von Pure Velvet. Also ich glaube, das ist sogar ein Designerstück. Da ist schwarzes Glas. Richtig, richtig schön. Ich werde mir noch was Schönes zu überlegen, dass ich mir so ein paar Deko-Sachen kaufe und die dann halt so hinstelle. Eine Vase habe ich hierfür schon gekauft. Aber wie gesagt, da weiß ich halt noch nicht, weil das alles online bestellt worden ist. Also ich muss da mal schauen. Aber so sieht das auf jeden Fall aus. Und I love that. Wir gehen mal direkt zu den anderen Möbeln, die ich von Pure Velvet erhalten habe. Und Leute, by the way, wenn ihr euch bei Velvet VIP anmeldet, habt ihr dann immer einen Zugang zu den neuesten Möbelstücke, die die in den Online-Shop reinpacken. Ich bin da auch angemeldet. Und da kommt jeden Sonntag neue Möbelstücke rein. Und bevor die überhaupt in den Standardsortiment reinkommen, werden die im Sale verkauft. Also die sind erstmal reduziert. Und da habt ihr einfach einen Zugang für. Ich glaube, da kommt jeden Sonntag ein neuer Artikel rein. Ich liebe diese Sachen. Hier auch noch ein Möbelstück von Pure Velvet. Das habe ich noch nicht ausgepackt, aber das ist ein Sessel. So, der sieht auch unnormal schön aus. Also ich bin mir aber noch nicht sicher, wo der hinkommt. Ich wollte ihn eigentlich erstmal als meinen Schminktisch, weil ich da halt sehr viel Zeit verbringe und nicht einfach was bequem, was ein Schönes haben wollte. Aber der ist mir dafür doch ein bisschen zu groß. Deshalb überlege ich, ob ich das halt zum Videoschneiden oder so benutzen soll. Weil dafür bringe ich ja Stunden. Und das sollte auch was Bequemes sein. Genau, die Füße sind so silber. So sieht das aus. Dann kommen wir zum nächsten Highlight. Das ist so ein Sitzpuffer. Ich weiß schon, was das ist. Ich liebe den Stoff einfach über alles, auch die Farbe. Das ist auch wieder so ein Samtstoff. Und das kommt dann natürlich später hier ins Ankleidezimmer rein. Ihr seht, hier ist noch das alte Bett von uns. Das neue Bett werde ich euch auch zeigen. Ich wollte hier für die komplette Wand Kommodenregale bestellen. Aber ich habe so schöne gefunden bei Ikea. Leider waren die ausverkauft. Dann kommt hier ein sehr großer Teppich hin. Ich zeige euch das mal ganz kurz auch hier. So ein Flauschteppich. Und das kommt dann in die Mitte. Und ja, hier sind ja die anderen Schränke. Ihr wisst es ja. Ganz wichtig wird es halt hier sein. Also falls ihr euch bei diesem VIP-Club anmelden möchtet, da geht ihr dann auf die Seite Pure Velvet. Ich verlinke euch das alles nochmal in die Infobox. Also die ganzen Infos. Und da ist so ein Kronen-Icon. Und da geht ihr drauf und meldet euch ganz einfach an mit eurer E-Mail-Adresse. Und das Ganze ist auch mit keinen Gebühren verbunden. Und ihr habt natürlich auch Zugang zu limitierten Möbelstücken. Also wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr VIP-Mitglied seid. Und Pure Velvet war so lieb und hat extra so einen Link für uns erstellt, sodass ihr zu allen Möbelstücken, die ich euch jetzt gerade zeige, direkt einen Zugang habt. Also da müsst ihr gar nicht danach suchen. Und wir haben letztens auch etwas anderes erhalten. Und den würde ich jetzt gerne auspacken. Das ist ein sehr großer, runder, schwarzer Spiegel, den ich für den Eingang geplant habe. Yeah. Das Paket steht hier. Und die waren immer so süß und haben das immer so mit Herzchen und Ebro markiert. Leute, kauft euch den Tisch. Aller Qualität ist gut. Also für so einen Tisch finde ich den Preis auch voll in Ordnung. Jeder schläft anders, doch. Jeder schläft ein. Und Leute, bevor ich es vergesse, genau. Die Sachen, die ich euch jetzt hier gerade zeige, sind auch extra für euch reduziert. Also falls ihr auf den Link klickt, werdet ihr die Sachen auf jeden Fall reduziert sehen. Oh Gott, aber das sieht richtig schön aus, einfach. Wow. Oh shit. Das sieht richtig schön aus. So, wir haben den Spiegel jetzt dahin gestellt. Da ich noch eine Kommode brauche und wir haben einfach die Folie da drunter gelegt, damit das nicht verrutscht. Ja, dann kommt das an die Wand und ich weiß nicht, ich wollte diesen Heizungsdings, wie nennt man das? Das wollte ich ein bisschen verdecken, beziehungsweise ich wollte nicht, dass diese komplette Wand so leer aussieht. Ich liebe den Spiegel voll, der ist voll schön. Und by the way, Leute, so sieht der Eingang von uns aus gerade. Wir versuchen diesen Haufen höher hinzubekommen als unser Haus. Ja, genau. Leute, ich wollte jetzt gerade meine Haare waschen, weil morgen haben wir das erste Shooting mit Eiers zusammen und ihr wisst ja, wir haben kein warmes Wasser und wir haben den Quokka hier. Dieser Wasserhand gibt uns ja direkt heißes Wasser. Ich dachte mir, ich mache einfach einen Topf heißes Wasser damit voll und ich habe keine Ahnung, wo ich das Wasser zusammenwischen soll. Also ich kann ganz schön mit diesen Haaren morgen ein Shooting haben. Ich hätte meine Haare auch mit kaltem Wasser waschen können, aber wie gesagt, es ist hier so kalt, ich habe keinen Bock jetzt krank zu werden, vor allem nicht wegen Eiers. Deswegen muss ich das irgendwie so machen. Ich habe jetzt den größten Topf genommen. Da ist richtig heißes Wasser und das bringe ich jetzt nach oben. Okay, also jetzt habe ich eine sehr große Schüssel mit einer kleinen Schüssel. Damit werde ich meine Haare waschen und hier werde ich das Wasser zusammenmixen. Leute, was wir hier durchmachen wissen gerade, ne? Falls ihr eine bessere Idee habt, dann schreibt es in die Kommentare, weil wenn das Video online kommt, sind wir immer noch ohne Heizung und ohne warmes Wasser hier zu Hause. Wir haben wirklich früher in der Superaktion noch rein gelegt haben, so geduscht. Wir haben das Wasser in so eine große Schüssel rein gemacht. Ich glaube sogar Wäschekorb war das. Wir hatten zwar warmes Wasser, aber wir haben das immer so gemacht, dass wir nicht umdurchig Wasser verschwinden. Also wenn man ganz normal mit einem Duschkopf duscht, dann frießt ja umdurch die ganze Zeit Wasser aus. Dann hat man das halt früher so gemacht, das weiß man auch als man ganz klein macht. Ja, dass man das Wasser extra in so eine Schüssel rein konnte, dass man wirklich nur so viel benutzt, wie viel man auch braucht. Ja, nun mal so als Nebeninfo. Ich würde mal sagen, back to the roots. Ich fachet meine Haare. Was mache ich hier? Ey, ich mache nichts. So, ich habe es geschafft. Jetzt würde ich noch meine Haare kämmen und föhnen. Und dann kann ich die auch morgens teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ich konnte gestern nicht mehr weiter aufnehmen, aber ihr habt ja gesehen, wie ich meine Haare gewaschen habe. Das war ein Struggle. Heute haben wir ein Shooting. Das erste Shooting von Ayers, um ehrlich zu sein. Also wir konnten ja kein Newborn-Shooting machen, aber ich wollte unbedingt Fotos haben, wo er noch einfach klein ist. Der Herr hat sich richtig schick angezogen und ist dann eingeschlafen. Wir warten jetzt gerade auf die Fotografen zum Wie kommen die zu uns nach Hause. Ich bin dann auf jeden Fall mal gespannt, wie das Shooting ablaufen wird, weil Ayers kennt es halt noch nicht und wir kennen es eigentlich auch nicht. Wir haben bis jetzt so gut wie nie Fotos gemacht mit ihm. Wir haben nur ihn immer fotografiert. Das war halt noch nicht so, dass wir wirklich so posen mussten mit ihm. Wir sind mal gespannt. Wir haben heute alle ein Hemd an. So, ich musste vorerst Leggings anziehen, bis die kommen, weil es ja richtig kalt hier ist. Also wenn die kommen, werde ich meine Leggings ausziehen und ja, dann habe ich ein süßes Kleid mit Ballonärmeln. Popcorn-Rabak. Richtig süß. Also wir haben schon ein paar Kulissen gehabt, beziehungsweise eine Kulisse und wir haben Familienfotos schon gemacht. Jetzt will er sich nochmal dahin legen. Macht sich bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Aber es läuft und ich bin echt gespannt auf die Fotos. Falls ihr ein paar sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram und wobei schauen. Ja. Ayers. Aha. Du lernst. Ayers, schau mal. Mag, wo du? Hast du deine Planbedingung in der Hand? Ayers. Hi. Oh, mir kann ich das noch nicht sehen. Oh, ihr licht. Ich bin fix und fertig. Also so ein Shooting kann echt sehr anstrengend sein. Aber wir sind endlich durch. Da sind so schöne Fotos rausgekommen. Ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Ayers das so toll macht, weil heute Morgen hat er wieder so eine allergische Reaktion irgendwie. Er hat wieder so einen Hautausschlag und er war so schlecht drauf. Ich dachte mir so, mein Gott, wie sollen wir das Shooting bitte hinter uns bringen? Wie sollen die Fotos so schön sein? Aber echt, ich freue mich unnormal, weil ich war so traurig, dass wir kein Newborn-Shooting machen konnten. Und er ist ja schon mittlerweile drei Monate alt und da ist es halt ein bisschen schwieriger, jetzt solche Fotos hinzubekommen. Aber wie gesagt, ich bin übertrieben froh, dass er das so gut gemeistert hat. Falls ihr mir auf Instagram nicht folgt, habt ihr ja vielleicht nicht mitbekommen, dass er halt ein paar Allergien hat und ich mich deshalb vorsichtiger ernähren muss, sage ich mal. Das ist so, dass Ayers eine komische Allergie hat und eine Tomatenallergie. Das sind die Allergien, die wir ja bis jetzt rausgefunden haben. Aber wie gesagt, heute hat er nochmal allergisch reagiert auf irgendwas, aber ich weiß nicht was. Also gestern wusste ich nicht, was ich gegessen haben könnte, sodass er allergisch darauf reagieren kann. Also wenn ihr wissen würdet, was ich halt am Tag esse, das Essen macht auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Aber ich finde es halt toll, dass meine Schwiegermama mich so unterstützt, was das angeht. Weil ich aufpassen muss, was ich esse, muss ich das Essen auch selber immer machen eigentlich, weil sonst könnte ich wirklich den ganzen Tag nur Brot essen und irgendwelche veganen Sachen. Zum Beispiel so wie heute, sie war so lieb und hat uns Gözeme gebracht. Das hat sie mit Mandelmilch gemacht, den Teig. Natürlich kann man das auch mit Wasser machen, I don't know. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Genau Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir konnten euch so ein bisschen mitnehmen. Also falls ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Vielleicht beantworten wir die dann in dem nächsten Video. Ja, im nächsten Video. Und falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann gebt dem Video da einen Daumen nach oben, weil das Haus braucht noch sehr viel. Also, ne, wir brauchen noch ganz viel Daumen nach oben. Hallo, das Kind schläft. Ja, dich jubst nicht, ne, weil du hast ja nicht schlafen gebracht. Okay, ich schläft noch. Weil der Essbereich wird noch gemacht und so. Also falls ihr Bock auf sowas habt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und abonniert diesen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, danke dir, was wirst du schon? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.